Und? Was hat der Arzt gesagt? Ach, Ella, es ist furchtbar. Ich habe nur noch acht Stunden zu leben. Ernst. Ella. Wir müssen jetzt stark sein, Ella. Ja, Ernst. Wir wollen doch die letzten Stunden, die ich habe, richtig genießen. Ja, ja, Ernst. Komm, komm, ich mache uns was zu essen und du holst was zu trinken. Was gibt's denn im Fernsehen? Das, was du über alles liebst, Ernst. Was bin ich mit Robert Lemke? Wunderbar. Ja. Ja, das ist voll wert. Das halte ich nicht so ausgeschlossen, wie Sie gleich sehen werden. Ella. Meine letzten Stunden. Du schaust auf die Uhr und gähnst. Du bist gut. Ich muss schließlich morgen früh aufstehen. Du kannst liegen bleiben. Bis zum nächsten Mal. Du bistsel collectivelygia차�er.